hey björn hey michael hallo ich habe eine frage an euch stellt euch mal vor morgen würde die erde von gigantischen insekten überrannt werden und ihr dürftet euch nur für eine einzige waffe entscheiden fiktiv oder real existierend um die invasion abzuwehren welche waffe wäre das also mit mit meinem vorwissen ich würde einfach also wenn ich eine waffe wenn ich eine waffe aussuchen dürfte dann wäre es die die hatten prekären namen das ist aber für den für den fall wäre es die wer ist die genocide gun die ich benutzen würde wenn ich darauf zugriff hätte ich müsste wahrscheinlich die erde einfach schon drei oder vier mal auf höheren schwierigkeitsgraden besiegen um die dann zu bekommen aber wenn ich sie einfach so aus dieser zukunft raus ziehen würde dann wäre es genau die waffe danach wäre von der erde auch nicht mehr viel übrig aber die insekten wären weg das hättest du erreicht zumindest ja das ist man muss ja man muss ja prioritäten setzen ich glaube in meinem fall wäre es der entenstrahler aus rettchen klang 3 das war jetzt glaube ich so das erste an ich denken musste ich finde das witzig vor allem auf der höchsten stufe sind es dann verwandle ich meine gegner dann in enten die dann gleichzeitig auch explodierende eier legen warum nicht werden das dann auch riesen enten aus den riesen insekten oder normalen das wäre eigentlich ziemlich cool vor allem weil sie auf meiner seite werden ja eben so eine armee von riesen enten das wäre schon nicht schlecht das stimmt ich glaube ich würde den 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 springenden schuh aus mario brothers 3 nehmen nur in sehr sehr groß dann einfach auf die ameisen trampeln so wie in dem mega 64 skit wo die das ding nachgebaut haben und am strand damit rumgehampelt sind ich weiß ich weiß nicht wie effektiv das wäre das müsste schon ein sehr großer schuh sein ich habe den sehr sehr groß geplant ich würde aber trotzdem oben so ein bisschen rausschauen wie das sind wie sich das gehört für diesen mario schuh ja genau wir reden heute wie ihr vielleicht schon erraten habt am thema der fragestellung über oder am titel der folge über earth defense force 5 das hat uns nämlich heute der björn schrägstrich speckobst mitgenommen als speckobst ist björn als videospiel kritiker bekannt auf seinen youtube kanälen speckobst und speckobst oder auch auf twitch und du hast auch deinen eigenen podcast björn ink ribbon radio wo ihr horrorspiele besprecht ausschließlich glaube ich genau das ist so der ganze stick davon mit meinem kumpel benni weil wir dachten so hey wir beide lieben horrorspiele wir kennen uns da ziemlich gut aus warum nicht darauf irgendwie fokussieren und wir haben ziemlich glück gehabt weil irgendwie genau in dem jahr wo wir angefangen haben hat sich die videospielindustrie irgendwie dazu entschieden hey wie wäre es wenn wir einfach mal 200 neue horrorspiele ankündigen hey wie wäre es wenn auch die triple a industrie nicht einfach nur ein dead space remake sondern auch einen spirituellen nachfolger mit kalistra protocol ankündigt resident evil 4 remake und sonstige dinge die irgendwie rauskommen also ja uns ist das so ein bisschen ein bisschen irgendwie entgegen gekommen deswegen aber ink ribbon radio wir besprechen aber alles also wir gehen wir sind literally bis an die anfänge des genres gegangen wir haben alone in the dark zum 30 jährigen jubiläum besprochen wir haben so andere klassiker wie auch ein dino crisis aber eben auch moderne sei es jetzt so triple a dinger die irgendwie rauskommen wie in the quarry oder eben auch so mehr interessante in die produktion wie jetzt aktuell hatten wir the mortuary assistant was ich hört euch die folge einfach an dann wisst ihr dann dann werdet ihr herausfinden wie ich wie ich zu diesem spiel stehe und wie es gespielt habe aber ja das ich finde es auch super interessant dass nicht nur super viele horrorspiele neuerdings jetzt wieder kommen oder angekündigt wurden sondern dass die hälfte davon einfach im weltall spielt ja ich meine es ist ja es ist ja so ein gutes horror setting für als erklärung du bist allein du hast keine weißt du kannst nicht dein dein fucking smartphone mit ins weltall nehmen und da irgendwie jemanden anrufen oder sonst irgendwie kommunikation aufbauen plus du kannst dir halt ausdenken dass es die alien rasse hier ist wieder irgendeine wir sind wir sind wieder wie event horizon irgendwie in die in die hölle transportiert worden und sonstigen kram der irgendwie kommt ich glaube das bietet sich das bietet sich dafür dafür ganz gut an total das stimmt es ist ja auch die maximale isolation einfach in so einer metallbox im absoluten vakuum zu schweben sehr viel isolierter und hilfloser geht ja auch gar nicht mehr heute reden wir allerdings nicht wirklich über ein horrorspiel also zumindest nicht im klassischen sinne oder irgendwie vielleicht gerade im ganz ganz klassischen sinne vielleicht schon ein bisschen denn die fans 5 ist ein sehr akkadiger third person shooter in dem man die erde gegen riesige b movie monster verteidigen muss das geht eigentlich in der tradition der reihe immer ganz klein los also was heißt klein mit sehr großen ameisen und riesigen spinnen los und eskaliert dann immer mehr also das geht dann über kampfroboter bis hin zu gott persönlich am ende meistens oder irgendetwas ähnliches zumindest man hat in dem spiel verschiedene klassen zur auswahl es gibt hunderte von missionen oder beziehungsweise über 100 missionen und hunderte von waffen und die waffen eskalieren immer mehr auch über die verschiedenen schwierigkeitsgrade hinweg genauso wie die gegner ist tun und das ist so ein bisschen auch der motivations loop in dem spiel warum hast du dich denn jetzt für die fans 4 5 entschieden uns das heute mitzubringen also überhaupt ein spiel aus der reihe und warum speziell der fünfte teil das also die reihe explizit weil das so eine meiner absoluten lieblingsvideospiel rein ist seitdem ich die damals ich glaube ich weiß gar nicht mehr wie ich drauf gestoßen bin irgendwie bin ich darauf aufmerksam geworden dass der der dritte teil der bei uns 2017 heißt existiert und damals auch glaube ich nur in den in nordamerika im westen rausgekommen ist und aber zum glück war der hatte der keinen das war eines der wenigen spiel die auf der 360 keine regionalsperre irgendwie hatten konnte mit dem importieren und seitdem war ich einfach von dieser serie fasziniert und ich spiele gerade den sechsten teil der reihe als defense force 6 der in japan jetzt ende august rausgekommen ist und so normal dauert es ungefähr einen einen jahr deswegen ich wollte jetzt nicht irgendwie ich weiß du du bist auch schon die ganze zeit am hadern ob es dir wieder importieren sollst und dann nachher nochmal zu kaufen aber ich kann einfach nicht ich musste mir das dann eben direkt holen und deswegen dachte ich dann dann kann man stattdessen den den fünften teil besprechen der auch also von den ersten von den ersten vier teilen den spin-offs eindeutig zumindest meinen augen der der beste teil ist und man man kann an anhand des aktuellsten spiels eigentlich immer über die ganze serie allgemein sprechen weil nicht wirklich viel zurückgelassen wird also die serie ist eher so aufgebaut dass der nächste teil alles an neuen gegnern und locations die hinzugekommen sind die werden einfach mitgenommen es gibt noch mehr missionen es gibt noch mehr waffen ein paar kleinigkeiten würden werden irgendwie geändert und und verbessert und deswegen also ich finde auch wenn man leutnant irgendwie sagt hey mit welchem teil soll ich anfangen kauf einfach den aktuellsten der für deine plattform verfügbar ist das man kann immer noch zurückgehen und sich die mal angucken und das ist ganz interessant vor allem die ersten beiden auf der ps2 zu spielen aber ja wenn man einfach so in die serie reingehen will in den den neuesten teil das ist immer das das geilste und ich liebe die serie und ich finde auch das worum ich auch noch drüber sprechen wollte ist so ein bisschen ich habe immer das gefühl alle leute lieben also leute die das spielen lieben das eigentlich immer und dann hat man aber diese dass das was einem so gefühlt durch den klassischen videospiel journalismus irgendwie gesagt wurde ja aber die grafik das sieht jetzt nicht so gut aus und das ist doch eigentlich so recht simpel gestrickt und bla 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 deswegen ist das so mein guilty pleasure nein das ist ein unfassbar gut designte spielereihe die die deswegen auch noch nie kopiert wurde wir haben zwei spin-offs gekriegt mit mit insect armageddon auf der 360 und der ps3 aus dem westlichen studio und einem anderen japanischen studio mit iron rain was von von yukes kam und beide haben es versaut weil die sich halt einfach auf die dinge fokussiert haben wo man normalerweise denken würde ah das machen spiele ja eigentlich besser und dann funktioniert das ganze system nicht mehr oder beziehungsweise das eigentliche genie von den von den spielen wurde dann irgendwie nicht wirklich verstanden oder beziehungsweise geschafft zu übersetzen und ich rede schon wieder viel zu viel es ist ja ja einfach so stell mir eine frage und du kriegst ein essay das ist so mein ding ja warum nicht perfekt du hast jetzt schon super viele punkte angesprochen über die ich heute auch unbedingt noch reden will das wird das du musst deinen termin glaube ich doch noch verschieben michael das wird ein längerer podcast heute ich habe mich schon drauf eingestellt ich bin gespannt weil wir die kuchenfrage haben aber ich wollte ich wollte gerade frage überleiten ich wollte gerade dazu überleiten bevor wir jetzt in die tiefe gehen nämlich müssen wir über das eigentliche thema dieses podcasts reden nämlich kuchen die spiele sind ja nur ein vorwand damit wir kuchen essen können wir haben vorher schon drüber geredet du hast es nicht mehr geschafft den kuchen mitzubringen oder hast grundsätzlich keinen kuchen mitbringen können aber welchen kuchen hättest du denn mitgebracht oder welchen kuchen würdest du denn mit die fans verbinden hättest du ein ist also so einen ganz traditionellen könnte ich jetzt irgendwie für dieses spiel finde ich das passt einfach nicht so drauf weil normalerweise kuchen auch etwas ist dass das lecker aussehen soll oder beziehungsweise wo du drauf guckst und dann kriegst dann hast du im ersten moment halt sofort lust drauf und ich finde so edf passt halt eher etwas so ein weißt du wie wenn du versuchst dass das erste mal so eine so eine kindertorte irgendwie zu machen und du packst 30 süßigkeiten rein du hast keine ahnung ob es irgendwie funktioniert du hast keinen plan davon wie du es irgendwie aussehen lässt und es ist dir einfach viel wichtiger so viel wie möglich in diesen kuchen reinzupacken als dass es irgendwie formschön nachher aussehen soll und das wäre der kuchen den ich geholt hätte einfach so eine an sich leckere geburtstagstorte bei der du nach ein paar stücken einfach bauchschmerzen bekommst weil es viel zu viel ist nur zwischendurch pausen einlegen muss aber ich glaube das wäre so dass das wäre so den den kuchen den ich den ich dann den ich dafür wählen würde oder die ich mit dem spiel so ein bisschen gleichsetzen würde das ist auf jeden fall echt eine super analogie zu dem spiel michael wie sieht es bei der kuchen technisch aus du kennst das ja ne ich gehe zum bäcker meines vertrauens zur bäckerin meines vertrauens und sie hatten mohnkuchen gehabt aber ich könnte jetzt nicht einfach einen mohnkuchen essen ergo habe ich mir diesen mohnkuchen genommen und ihn eigentlich komplett zerstört damit es so ein bisschen aussieht wie das schlachtfeld dass wir ja im spiel also im earth defense force 5 eigentlich viel viel schlimmer hinterlassen als die aliens ist eigentlich tun deswegen ich habe einen zerstörten mohnkuchen vor mir stehen sehr gut auch nicht schlecht ich habe mir tatsächlich ein ameisen kuchen geholt und der heißt so weil in dem teig schoko plättchen kleine schoko streusel im grunde quasi untergemischt sind und die schmelzen dann im backofen wenn man den aufschneidet sieht so aus als wären lauter ameisen in dem teig also auch mein kuchen ist quasi eine analogie zur earth defense force spiele karte von oben nur vor der schlacht deiner ist dann danach quasi super ja cool kuchen haben wir die fans was analogien haben wir geschaffen dann kommen wir zum eigentlichen spiel michael wir haben jetzt am dienstag die fans was zusammen gestreamt am letzten dienstag gemeinsam das war dein erster ausflug in die reihe wir haben auch noch wirklich noch nicht drüber geredet was wie seine erfahrung war wie war es denn jetzt für dich wie waren die drei stunden für dich ich war jetzt drei stunden im test training center von general landscape bird rider als mutiger ranger und ich muss sagen es waren sehr interessante drei stunden es ist exakt was es ist exakt das was ich mir vorgestellt habe es war sehr unterhaltsam ich habe sehr viele fragen sehr viele gedanken dazu und ich glaube wir waren am ende in mission 13 in mission 13 von 110 und du warst ein bisschen enttäuscht dass du mir die mutanten kröten nicht zeigen konntest die ist ja missionen 35 gegeben hätte oder so aber ja ich habe es echt unterschätzt ich dachte in drei stunden kommen wir zu den ersten fröschen wenigstens aber wir haben es leider nicht geschafft ja genau wie stehe ich denn eigentlich zu earth defense force mir geht es ganz ähnlich wie dem björn eigentlich ich bin mit 2017 zur reihe gekommen das hatte so ein kleiner studentischer videospiel gebraucht laden in meiner heimatstadt zufällig rumstehen ich hatte von dem spiel tatsächlich davor noch nie was gehört und das allein hat mich neugierig gemacht weil ich hatte wenigstens so ein bisschen überblick was es so an spielen gibt ich kenne die vom namen her und das jetzt hier für die xbox 360 so ein spiel da plötzlich im regal steht von dem ich noch nie gehört habe das fand ich ziemlich spannend und habe es deswegen sofort gekauft und mein damaliger wg mitbewohner und ich sind sofort in das spiel versunken und haben uns sofort in das spiel verliebt und seitdem habe ich eben auch fast jeden teil aus japan schon zum release importiert und im westen dann noch mal gekauft ich saß da wirklich oft mit dem handy davor und habe mir quasi mit dem mit der übersetzungs app den text übersetzen lassen um rauszufinden welche neuen waffen ich überhaupt wieder freigespielt habe und so weiter und beim sechsten teil bleibe ich jetzt stark glaube ich das wirklich erst wenn es im westen rauskommt mal gucken aber ja genau ich bin auch ein riesen fan von der reihe und finde die wirklich total super spielst du björn die spiele eigentlich in der regel alleine im singleplayer oder couch koop oder doch eher online gezwungen gezwungenermaßen leider immer alleine also dadurch dass ich die hauptsächlich zum japanischen release spiele ich hole mir dann zwar meistens später irgendwie dann im sale noch mal die die lokalisierten fassungen die spiele ich dann aber auch meistens nie so lange einfach weil auch natürlich mein ganzer mein ganzer save auf der japanischen version ist das nicht übertragen lässt das heißt da habe ich dann alles freigeschaltet und ab dem fünften das ist ja eine der großartigen sachen die die gemacht haben ist dass du ja wenn du mit einem charakter spielst auch dinge für die anderen charaktere freischaltest eben auch die die den schild also die armor die du eben finden kannst und dann noch mal komplett frisch anzufangen und jetzt gerade mit dem fünften 110 missionen zu machen das ist dann eher so ein bisschen deswegen spiele ich die zwungenermaßen leider immer alleine den 2017 habe ich aber tatsächlich relativ viel im im koop dann gespielt da fand ich es leider nur schade dass das sich nicht dass ich das auf der 360 nicht auf beide accounts übertragen lässt der speicherstand das war mal ein bisschen nervig wenn man so okay welche auf welchem account spielen wir das jetzt wer kriegt jetzt den progress damit was dann irgendwie auf dem anderen account noch mal machen müssen damit du auch den progress bekommst das ist ja mittlerweile alles viel viel einfacher geworden aber leider 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 hauptsächlich die spiele immer im single player aber ich kann trotzdem sagen dass die dass die auch in wenn man so alleine spielt hervorragend funktionieren also mir ist es bisher noch nicht noch nicht langweilig geworden jetzt auch nicht mit dem sechsten teil ich spiele tatsächlich meistens koop in irgendeiner form also am liebsten couch koop natürlich weil die die eignen sich auch sehr gut als so eine art party spiel und ich finde vor allem auf den höheren schwierigkeitsgraden kriegt das spiel dann auch wirklich so eine taktische komponente die man dem am anfang gar nicht zutrauen würde und dann hilft es wirklich wenn man sich abspricht und im vorfeld genau plant wer nimmt welche klasse mit welcher bewaffnung da kann man wirklich ganz viel rausholen gegen ende vor allem und das macht für mich schon auch noch mal einen reiz aus man sollte vielleicht noch mal kurz erklären zu dieser progressions mechanik und zu dieser langzeit motivation im grunde funktioniert das spiel eben so dass man mit seiner klasse und seinen ausgewählten waffen eben gegen diese mutanten riesen insekten aliens was auch immer in den kampf zieht und wenn man die besiegt droppen die mit einer gewissen wahrscheinlichkeit verschiedenfarbige päckchen da gibt es zum einen weiße päckchen die dienen im grunde zur heilung wenn man die sammelt regeneriert man einfach lebensenergie was meistens ziemlich nützlich und notwendig ist die sollte man sich auch gut einteilen und auch mal liegen lassen für später dann gibt es ab und zu die roten päckchen und die sind fast so ein bisschen wie eine rpg mechanik light weil dadurch erhöht man quasi auch für die zukunft seine maximalen hp und je nach klasse die man spielt da gibt es leichte unterschiede kriegt man halt dann so einen halben bis zwei hp oder sowas pro rotes päckchen und je mehr man einsammelt desto mehr hält man aus das ist wirklich so eine langzeit progression über viele viele hunderte teilweise stunden hinweg bis man die mal ausgemaxt hat wenn überhaupt und dann gibt es vor allem und das ist so der größte schatz in dem spiel die grünen päckchen denn die beinhalten neue waffen da kriegt man immer so einen schön aufgelisteten bildschirm nach abschluss der mission und da blinkt dann immer das neu wenn man eine neue waffe gefunden hat oder das ab wenn man eine gleiche noch mal hat und dadurch wurde sie leicht erhöht und dann erweitert man sein waffen repertoire und die waffen die reichen wirklich von total konventionelle gewehre in verschiedenen qualitätsstufen bis hin zu wirklich abgedrehten quatsch ich glaube in defense force 4.1 gab es zum beispiel eine handgranate die war unglaublich mächtig hatte einen riesen sprengradius und hat super viel schaden gemacht man konnte die aber ungefähr nur eineinhalb meter vor sich auf dem boden werfen und die sofort explodiert also die war komplett nutzlos einzusetzen aber sowas gibt es eben auch und das macht so ein bisschen auch glaube ich einen großen reiz aus dass man diese waffen sammelt und testet und guckt was man wieder für sehr effektive oder sehr skurril das werkzeug sich da irgendwie geholt hat das die spiel das spiel ist ja zum glück auch sehr transparent also wenn du in das menü reingehst wo du dann die waffen aufgelistet hast da stehen dann eben auch schon die kompletten schadenswerte und wie viel munition die hast und ob die irgendwie automatisch nachgeladen werden müssen und so aber das auszuprobieren weil manchmal hast du halt es gibt ja auch wie du es gerade schon meint dass so diese joke waffen wie irgendwie ich glaube relativ früh in den ganzen spiel hast doch immer so ein insekten spray was du einfach mitnehmen kannst irgendwie so eine dose und eigentlich ist es ja auch so aufgebaut dass die dass das wirkliche für wie du mit den waffen taktisch umgehen muss so das wichtigste ist vor allem die nachladezeit also wie viel munition die mittragen die nachladezeit und dann eben auch die der der schaden und vor allem auch auf welche distanz die eingesetzt werden können weil normalerweise im spiel ist es so ja okay es ist halt eine waffe und vielleicht hast du mal ein spiel wo du irgendwie so bullet drop oder hast dann musst du deswegen damit aufpassen aber eigentlich wenn du irgendwo hin zielen kannst dann kannst du auch dahin dann kannst du auch irgendwie dahin schießen und in diesem spiel ist es ja so dass teilweise die feinde am horizont irgendwo stehen oder du irgendein raumschiff hast was dann 100 meter in der luft oder so schwebt und da ist es dann schon wichtig auch waffen teilweise eine mission mitzunehmen die dann effektiv dagegen noch sind und die spiele sind auch finde ich immer besser also von teil zu teil werden immer besser darin missionen zu strukturieren bei denen es dann auch teilweise wirklich drauf ankommt weil weil eigentlich das spiel überlässt es dir so wenn du mein klassisches ding ist wirklich ich habe mit edf 2017 angefangen das spiel startete ich mit einem sturmgewehr und einem raketenwerfer und das ist bis heute mein mein standard set gewesen und ich weiche nur davon ab wenn ich irgendwie merke okay die mission profitiert irgendwie dann dann doch sehr davon beispielsweise ein scharfschützengewehr oder so mitzunehmen dass ich so harte kurze schnelle präzise schüsse abfeuern kann und nicht irgendwie noch mit einem raketenwerfer der noch so eine gewisse travel distance irgendwie hat und dann 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 weiter fährt aber das ist das ist so ein so ein spaß und vor allem über die höheren schwierigkeitsgrade weil du das ja meintest mit den diese lebensenergie quasi die du bekommst über die zeit die bleibt auf deinem account also geht halt immer weiter hoch das heißt du hast fünf schwierigkeitsgrade und am anfang kannst du auch nur einfach normal und hart immer auswählen und hart ist eigentlich schon wenn du vielleicht im multiplayer spielst und du hast schon gutes team und bis gewillt zwischendurch ein bisschen zu grinden aber normalerweise macht es eher auf leichter normal und schaltest danach die höheren schwierigkeitsgrade frei und die sind auch so gebalanced dass du diese lebensenergie brauchst dass du die besseren waffen brauchst und dann schaltest du aber noch geileren scheiß frei und die deswegen hatte ich ja die waffe die ich vorhin gewählt habe diese genocide kann die ist aus 2017 und die kriegst du wenn du das spiel als auf dem höchsten schwierigkeitsgrad schaffst und das ding ist eben wirklich also solange du das ich glaube das hat ein radius von irgendwie fast ich glaube 50 metern oder so und alles was da drin gefangen ist stirbt quasi und das spiel und dessen frame rate während dessen auch das ist ja so ein punkt an der ganzen die fans vors reihe die mich die ich immer sehr sympathisch finde weil die treiben die konsolen für die die rauskommt tatsächlich immer an die leistungsgrenze aber nicht etwa wegen irgendwelchen tollen effekten oder weil die so hübsch sind oder wegen den hochauflösenden texturen sondern die mehr rechenleistung da ist desto mehr shit wird einfach in das spiel gepackt an gegner massen und explosionen und action die auf einem zukommt und das ist der richtige ansatz ich finde so macht man das das ist das ist immer so es wird ausgetauscht also andere entwickler sind eben so wir können irgendwie nicht mehr wir können irgendwie nicht mehr darstellen sonst sonst geht die frame rate irgendwie in die knie an manchen situationen wir müssen für alle situationen irgendwie gewappnet sein und die df ist einfach so nein mehr mehr ameisen mehr spinnen noch nicht einmal ameisen drauf so mach noch mehr mach noch mehr dass du da und ich glaube mittlerweile sind sie halt wirklich an ihre grenzen gekommen wo weil idf 6 ist ja darum geht es heute jetzt nicht aber aber der 6 ist jetzt der erste teil der auch eine native ps5 version hat und ich glaube ich habe das spiel noch nicht zum einbruch bringen können und teilweise sehe ich auf meinem ganzen bildschirm nichts mehr und alles explodiert und mehr also teilweise denke ich mir auch du kannst sie haben die grenze erreicht du kannst nicht noch mehr gegner auf dem feld irgendwie anzeigen lassen weil du dann nichts mehr siehst und du kannst irgendwie nicht mehr agieren du wirst nur noch von allen gegnern irgendwie rumgeschubst aber ja ich fand es auch immer sehr schön auch idf 5 habe ich zuerst auf der auf der ps4 gespielt und es gibt relativ ich will sagen relativ früh das ist bei dem spiel halt so eine sache aber ich glaube in so den ersten 20 missionen gibt es eine gibt es eine mission wo die ersten ufos hinzukommen neue ufo gegner und nach einer kleinen ersten kurzen phase wo vielleicht so 20 am himmel stehen kommt so ein mutterschiff und lässt einfach noch mal so eine ganze ist so eine ganze armee davon irgendwie ab und ich weiß noch dass das damals das war der erste moment wo auf einmal die ps4 einfach vollkommen in die knie gegangen ist also ps4 ich glaube das war die standard ps4 noch nicht die nicht die pro und das war bei anderen spielen würdest du denken oh gott und bei edf ist es so glorreich in der mission die haben wir am dienstag erst gemeinsam gespielt ist es ja dann sogar so dass mittendrin mitten in der action wo gerade die ufos am durchdrehen sind feuert dieses mutterschiff sein independent day strahl und die halbe stadt explodiert und du hast einfach zwei frames pro sekunde und dann kommt noch irgendeine cutscene unter anführungsstrichen wo das spiel einfach die kamerakontrolle übernimmt mitten in der action ja super ich finde es total cool euch dabei zuzuhören weil ihr so halt so eingefleischte fans seid und das finde ich mal total spannend mir so eine leidenschaft anzuhören die ich selber vielleicht noch gar nicht teile oder noch nicht oder nie keine ahnung eine frage die mich wie ich mich mit der ich mich tatsächlich beschäftigt habe als ich das gespielt habe als neuling ist das trash und es gibt eine gute antwort darauf aber was ich das hattest du nämlich eben auch schon angesprochen björn es ist halt so 2018 jetzt bei uns auch erschienen für die ps4 und hatte dafür die verhältnis ja auch eigentlich schon eine ziemliche ps3 grafik die modelle glitschen ineinander ich kann es irgendwie verstehen dass das ding meta kritik wert von 72 hat und ich auch das gefühl habe alles was nicht so irgendwelche standards erfüllt ist halt automatisch trash wobei ich hier noch mal den unterschied machen würde was ist jetzt wirklich ein trash spiel wie beispielsweise agony und was ist halt ein spiel ich habe auch zum beispiel dein guilty pleasure video zu deadly premonition gesehen ich finde wir müssen nicht immer alles was von irgendwie vom standard abweicht wie trash nennen es hat einfach nur andere prioritäten gesetzt und ich finde es hat auch einfach so einen extrem lustigen und parodistischen wert und der entsteht halt genau dadurch dass ist die prioritäten ganz anders setzt aber das dachte ich mir währenddessen die ganze zeit ist das ein trash spiel und warum ist das kein trash spiel also das das kann sich vielleicht so ein bisschen erklären wenn man die also die ursprünge ursprünge von dem von dem spiel sind ja auf der auf der ps2 da gab es diese simple 2000 reihe von 3d publisher und die haben mehrere also da wurden einfach so dass die hießen simple 2000 weil die haben 2000 yen gekostet also damals als es rauskam vielleicht so 20 euro momentan durch den wechselkurs ein bisschen weniger die gab es auch vorher auf der ps1 da hießen die simple 1500 haben eben 1500 gekostet und das waren mehrere kleine publisher entwickler die dann günstige spiele auf einem sehr niedrigen budget eben gemacht haben einfach nur so eine idee und dann raus gefeuert und mal gucken was wir machen können und eines davon war eben als defense force und das war sehr beliebt und kann dann auch im zweiten teil gekriegt und kam dann eben auf die x aus irgendeinem grund hat man sich dann entschieden wir machen das jetzt in der aktuellen konsolengeneration xbox 360 exklusiv und dieses mantra aber von wir wir machen günstige spiele und versuchen da das maximum rauszuholen das ist immer noch geblieben das heißt die ganzen assets und alles mögliche sind eben ressourcensparend gemacht das ist viel wichtiger dass die dass du möglichst viele gegner irgendwie darstellen kannst das heißt je niedriger aufgelöst und die einfacher strukturiert auch die geometrie von allem ist desto desto mehr zeit hast du den ganzen den ganzen rest darzustellen und eben auch dir sorgen zu machen über die missionsstruktur weil das ist auch immer so etwas was dann irgendwie bei den da finde ich fällt dann eben der unterschied auf wenn man sich zu diesen anderen spin-offs wie insect armageddon oder dem iron rain dann irgendwie ansieht dass die die diese klassische arcadige missionsstruktur nicht beachtet wird weil das ist sehr wichtig zu sehen welche gegner typen nehmen wir jetzt wie sind die missionen aufgebaut wie wechseln sie sich ab welchen gegner führen wir zuerst ein in welcher menge wie oft kommen wo die die gegner drops hinzu wie kombinieren wir das ganze und vor allem wie schaffen wir nachher narrative elemente aus dem ganzen wo du eine wirklich mission hast du kämpfst gegen gegner und auf einmal kommt so ein riesiges mutterschiff rein deine ganzen charaktere drehen durch reagieren da drauf du weißt nicht wie du es besiegen sollst dann endet die mission einfach und später kommst du dann kämpfst du noch mal gegen das schiff und dann noch mal und erst beim beim dritten oder vierten mal ist es dann wirklich die mission wo du es dann wo du es dann schaffen sollst und das sind so alles alles elemente auf die sie sich viel mehr konzentrieren können und die für die sie halt die zeit haben weil der ganze andere rest relativ simpel ist so du machst einmal eine struktur wir bauen haus und wenn das zusammenfällt dann haben wir ich glaube ab dem vierten haben das so ein bisschen bei drei sind die noch so in den boden einfach gefahren was auch super super simpel ist da kannst du die gleiche animation für alle gebäude irgendwie haben und ab dem vierer zerfallen die gebäude einfach in feste teile und da wird wahrscheinlich auch einfach vor fortgesetzt wenn die es wenn die das bauen keine ahnung ich nehme an mit irgendeinem internen algorithmus einfach das sind die verschiedenen bestandteile die es dann fällt und sobald genug schaden drauf ist dann dann lassen wir einfach die rudimentäre physik irgendwie laufen und es eben auch viel einfacher dann zu sagen für für den für den spieler zu wissen aber wenn du ein gebäude zerstörst alles was auf dem boden liegt bis es weg also quasi aus dem aus dem speicher rausgeholt wird hat keine kollision mehr das heißt du musst dir spielerisch darüber keine gedanken machen was ich viel wichtiger finde weil das wäre auch mega nervig du hast dann die ganzen gebäude oder so um dir um dich rumliegen und muss dann irgendwie noch mit diesem debris zurecht kommen währenddessen hast du bei den gegnern weil die ja auch auf dich zukommen bis die verschwinden sind die leichen eben noch noch aktiv und das ist eine eine entscheidung der der entwickler gewesen dass es eben darauf ankommt wie du in einem in einem feuergefecht mit denen mit denen umgehst und das wenn dann wenn du dich auch zu übermann lässt und zu viele leichen um dich rum sind dass du dann probleme hast mit gerade explosionswaffen aus nächster nähe zu schießen weil du dich dann eben dann selber irgendwie umliegt das sind alles so ganz kleine entscheidungen die die getroffen werden die das spiel eben so funktional machen deswegen ja von der atmosphäre her also diese klassische das ist ja inspiriert von so 40er 50er b-movie genau solchen solchen film dieser atmosphäre das greifen die auch in der englischen vertonung und der übersetzung greifen die das auch wunderbar auf das funktioniert im japanischen auch wo es natürlich auch mehr von von deren film dann ein bisschen inspiriert ist wo du hast ja auch so kaiju elemente nachher noch drin mit ein paar mit ein paar gegnern aber das wird halt wunderbar aufgegriffen das spiel weiß was es ist dass das spielt damit und es hat das gameplay im im vordergrund einfach nur coole design weil die gegner sind ja trotzdem cool design auch wenn die grafisch jetzt vielleicht nicht opulent aussehen sind das trotzdem coole gegner designs und sehr gerade bei diesen robotern und jetzt im fünften können wir auch so aliens und frösche und so hinzu die dann auch eine rüstung tragen das ist alles durchdacht und cool design aber das spiel weiß eben damit wir das einfach darstellen können damit wir damit die sachen so einfach wie möglich funktionieren damit das auch leicht lesbar ist und alles hat die grafische komponente geht eben in den hintergrund und das finde ich ist halt die richtige entscheidung das ist eben nur nicht die entscheidung die dir gute bewertungen bringt aber das kann der serie auch glaube ich egal sein also die leute die es die spielen und die damit angefangen haben die lieben das dann eben auch der sechste teil hat sich jetzt in japan innerhalb einer woche dreihunderttausend mal verkauft so nur auf nur auf playstation geräten wenn das dann bei uns rumkommt wieder für ein pc und playstation vielleicht kriegen wir auch wieder eine xbox version dieses mal keine ahnung dann wird sich das auch gut verkaufen und da sind die halt dabei geblieben dem treu geblieben und machen ihr spiel weiter aber ja es ist halt so trash aus der sichtung von ich weiß dass ich ein b-movie spiel bin trash so und nicht dass es halt der begriff ich glaube es ist mehr camp so es ist nicht trash sondern es ist mehr camp aber weiß eben was es ist die diese die sehr kurze antwort gerade ich könnte mir bei earth defense was super vorstellen dass das eine sehr gute strategie während ein sehr guter schacht zu gerade im westen dass man jetzt dann vor release vom sechsten teil vielleicht vier punkt eins oder dem fünften in den game pass oder ähnliche abo modelle steckt ja ich habe das gefühl super viele leute würden das testen wenn die die möglichkeit hätten aber die faszination für das spiel zu vermitteln ist halt einfach super schwierig finde ich wenn man es nicht selber gespielt hat das wäre glaube ich echt das wäre das wäre wichtig glaube ich für die reihe dass die erfolgreicher sein könnte würde ich der reihe wünschen vor allem weil auch leute immer so ankommen so ja aber ich liebe das ja aber es ist irgendwie so guilty pleasure weil ich traue mich wir brauchen einfach mehr leute die die offen und ehrlich so auch dann sagen können ja ich liebe die spiele die sind voll geil und ich muss mich jetzt nicht irgendwie dafür dafür schämen und sagen ja das sieht jetzt nicht so gut aus ich weiß keine ahnung weil das das ärgert mich oftmals in dieser besprechung dass dann leute mal sagen oh das ist eigentlich ein spiel was ich nicht mögen sollte aber ich liebe es und ich weiß nicht warum und also wirklich befinden wir uns immer noch auf dem auf dem level von spieler besprechung und ja so so game pass das würde das das denke ich mir halt auch also klar dass das in japan jetzt nicht für die xbox rausgekommen ist ist mir ist mir ist mir bewusst momentan aber wenn es dann rübergebracht ist hoffe ich doch wirklich sehr dass da microsoft dann irgendwie sagt ja macht bitte macht bitte eine umsetzung und wir packen das in den den game pass oder wir machen einfach schon mal das spiel kommt raus auch für die xbox und macht aber vom fünfer oder von 4.1 eine xbox version nachträglich und die packen wir dann in den den game pass das glaube ich auch nicht dass das viel kosten würde wenn das microsoft dann stemmt die also da da eine portierung irgendwie bezahlt und in den game pass reinpackt und das wäre das perfekte ding dass leute das einfach mal ausprobieren und dann die spielerschaft geht dadurch eben auch hoch es ist viel einfacher im multiplayer leute zu finden das würde so dass in der heutigen zeit also gerade jetzt wo das dann auch leute streamen können im multiplayer und haben dann irgendwie absurden spaß damit also das könnte noch so viel erfolgreicher sein und ja so eine game pass oder sony die dann irgendwie den 4.1 oder fünfer in ihr playstation extra ist es glaube ich das tier ich weiß nicht warum die das so kompliziert machen ja irgendwas ja ich glaube ich ja genau essential ist das normale playstation plus und extra ist schon das wo du game pass mäßig spiele drin hast und premium sind noch mal andere sachen mit dabei aber ja auf jeden fall da könnten die zumindest 1.4 4.1 oder oder fünf irgendwie reinsetzen oder halt einfach bei playstation ich verstehe nicht warum noch keines dieser spiele bei playstation plus drin war i don't get it weil du dir die reaktionen darauf vorstellen kannst ja aber ich glaube mittlerweile es gibt zumindest ich meine die packen ja auch einen anderen anderen kram rein ja aber doppelt auch manchmal ja ich glaube mittlerweile hast du glaube ich genügend genügend leute die so sagen können hey nein 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 das ist geil das was du halt einfach nur brauchst wäre so ein bisschen ein paar streamer die einfach glaube ich anfangen das im koop zusammen zu spielen also ich glaube wenn du wenn du leuten wenn du vier leuten dabei zusiehst und vor allem zuhörst wie die auch auf den höheren schwierigkeitsgraden da wo du dann wirklich anfangen musst okay wir müssen uns um die klassen gedanken machen was ist das für eine mission und und wie bauen wir das ganze auf ich glaube das würde hervorragend funktionieren also das kann ich kann ich mir gar nicht kann ich mir gar nicht anders vorstellen denke auch weil du gerade klassen erwähnt hast du du spielst vor allem ranger habe ich so rausgehört ja ich spiele der erste durch den ersten durchgang mache ich immer mit dem ranger dieser ganz klassische fußsoldat der nichts besonderes irgendwie an sich kann aber darf aber dafür hat das auch so ein klassisches gutes waffenarsenal und kann sich eben ganz standardmäßig bewegen und danach spiele ich dann den wing diver meistens das ist dann eine klasse die hat sehr wenig lebensenergie die waffen sind meistens auch so energie basiert eben oftmals ist auch glaube ich die klasse die sich wahrscheinlich wenn man das spiel neu startet am einfachsten spielt also weil teilweise die waffen auch eher so ein bisschen ziel suchen von den von den energiewaffen teilweise sind und du kannst eben fliegen mit denen das das ist dieser ausgleich die können fliegen können bei sehr vielen gegnern von der von der entfernung oder über die drum fliegen und relativ schnell ausweichen aber dafür wenn sie eben getroffen werden dann dann tut es eben erst erst recht weh aber so die air raid und die vor allem die fenster klasse da lasse ich meistens da lasse ich meistens die finger fahren ich habe immer so ein bisschen dass ich habe schon beim beim vierer wo die eingeführt worden war das für mich immer so ja das ist der das ist der multiplayer charakter das ist nicht die charaktere die du im single player spielst sondern wenn du halt eine vollständige truppe hast ja das ist witzig weil das sind genau meine zwei klassen der der air raider und der fenster ich spiel immer zuerst mit dem air raider also der ist quasi also zur erklärung ein bisschen der ist so ähnlich wie der wie der ranger der standardsoldat nur dass seine waffen alle komplett nutzlos sind aber dafür kann er fahrzeuge beschwören das ist seine spezialität und auch luftschläge und sowas der ist eine total abgedrehte und bescheuerte klasse aber einige fahrzeuge gerade so die größeren kampf max und sowas die sind sehr cool und auch sehr effektiv der hat im grunde immer so seinen kurzen power modus weil man kann seine fahrzeuge auch nur so lange benutzen wie die munition haben weil nachladen geht nicht dann muss man die leider einfach auf dem schlachtfeld stehen lassen und den neuen bestellen den neuen panzer oder mag technologisch sind wir noch nicht so weit in dem spiel dass wir nachladen könnten und der fanzer ist im grunde so eine wandelnde power rüstung das ist so ein exoskelett der hat dann so artillerien auf dem rücken und gatlings in der hand und ist auch die einzige klasse die mit vier waffen gleichzeitig bestückt werden kann die meisten haben immer nur zwei und können dann durch wechseln aber er hat eben auch ein schild und schwerte oder andere nahkampf waffen und kann sich dann wirklich so durch die insekten horden schnetzeln das sind finde ich auch klassen die sind schwierig zu spielen aber ich finde umso belohnender wenn man es dann mal drauf hat die machen schon auch sehr viel spaß oh ja ich habe mir mal so high level gameplay vom fenster angesehen und wenn du da wenn auch leute anfangen mit dem mit dem kranken movement davon das ist genau das ist das ist da gucke ich drauf und das ist wie so so manche so gundam mac spiele wo du die anfängst und es fühlt sich total sperrig an und wenn du dann leute siehst die damit umgehen können dann fliegen die also flitzen die einfach nur über den ganzen den ganzen boden aber da habe ich mich nie wirklich rangetraut ich habe die immer so ein bisschen gespielt und dachte cool und dann das überlasse ich bei anderen ich schwöre auf meinen ranger und sein absolut nutzloses bike deswegen ich kann immer durch die gegner horden durchfahren braucht dann gefühlt fünf kilometer für den wendekreis fahr dann wieder durch die gegner und kippt dann meistens um und bestellen mir ein neues so kann man es auch machen legitime ranger taktik auf jeden fall du hast ja glaube ich auch am dienstag immer ein maschinengewehr und raketenwerfer mitgenommen wie björn vorher auch schon meinte ja raketenwerfer für die distanz maschinengewehr für den nahkampf wenn ich draufgehe musst du mich zurückholen und irgendwann hatte ich mein bike genau ich hatte den wing diver hatte ich auch für einen moment gehabt das war eine runde in der ich dir nicht wirklich hilfreich war aber wing diver sind halt auch echt dadurch dass die fliegen können und sehr agil sind super looter die wenn man so im team spielt sind die mal die wenn am schluss nur noch fünf gegner übrig sind sagt mal okay wing diver jetzt päckchen sammeln nicht mehr schießen nur noch päckchen sammeln ja das ist ich kenne ich kenne viele leute die das dann anfangen die das so ein bisschen nervig finden dass der loot eben nicht automatisch eingesammelt wird sondern wirklich ein gegner da wo der gegner explodiert und wenn er was droppt was immer so es gibt ein paar gegner so die kleineren die ab und zu mal was fallen lassen und manche die immer so festgesetzt zwei oder drei sachen fallen lassen und die sind halt randomisiert und wenn du das so anfängst dann denkst du warum muss ich jetzt denn rum rennen und das das ganze das ganze zeug aufsammeln aber es gehört eben auch teil zu der zu der taktik dass du dann eben gucken musst okay lasse ich jetzt noch extra ein gegner am ende übrig mit dem ich dann rolle ich dann irgendwie rum oder beziehungsweise dass ich auch gegner vielleicht nicht zu weit weg töte damit ich dann noch besser drankomme gerade eben weil die einzige möglichkeit also vor allem singleplayer lebensenergie zurückzubekommen wenn du keinen co-partner hast der dich wiederbeleben kann sind eben die health packs diese diese weißen päckchen die es in kleinen großen varianten gibt und die teilweise auch zu gucken dass das noch so strategisch und wo du dann eben auch kämpfst verfügbar sind und eben auch dadurch hast du auch immer ein bisschen was zu tun finde ich in so in so leerlauf momenten wo das spiel kurz ne die nächste phase kurz davor einläutet oder so dialoge kommen oder am ende der mission bevor dann der der endscreen es gibt nichts unbefriedigenderes in diesen spielen als die mission ist vorbei du siehst diesen mission complete modus und dann kannst du dich noch bewegen bis die letzte schwarzblende kommt und dann ganz kurz vor irgendwie so einem armer oder so einem weapon paket versuchst rein zu rollen es kommt die schwarzblende du hast du hörst nicht mehr dieses 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 blingeräusch ja 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 genau das kenne ich auch und dann immer mit der seit der seitwärts rolle weil du im rollen ich meine du hast ab dem ich glaube im fünften teil wurde die eigentlich ich weiß nicht ob die im vierten teil schon gab diesen sprint den den hast du aber wenn du schnell dich zur seite bewegen willst und gerade im dreier war das einzige war rollen immer das das schnellste und du kannst nicht nach vorne rollen du kannst nur zur seite rollen aber du kannst auch schräg zur seite rollen und dann entwickelst du irgendwann so diese spielweise dass du die kamera so drehst dass du in die gewünschte richtung irgendwie rollen kannst die ganze zeit genau das das sind so total seltsame movement strategien die man da einfach so entwickelt eben der der ranger und der air raider haben diese seitwärts rolle die man dann ist sich irgendwie so angewöhnt und einfach als fortbewegungsmittel der wahl nutzt und beim fanser ist es ja wie du schon beschrieben hast so eine so eine ganz komische tasten spam strategie die zwischen seinem chat pack und seinem schild eigentlich kann er mit dem schild quasi angriffe zurückschleudern aber wenn man das mit dem chat pack sprint in der richtigen reihenfolge und mit dem richtigen pausen kombiniert kann man im grunde so einen dauer boost beim fanser erzeugen und das ist so ähnlich wie die rolle bei den anderen klassen ich finde das auch so lustig dass es schon ganz früh in dieser spielreihe ebenso diese diese cheese strategien gab wo man so ein bisschen die spielmechanik mit animation cancelling und sowas so ein bisschen optimieren kann und die lassen die auch ganz gezielt drin weil so spielen die leute die spiele und die wissen das glaube ich auch das finde ich auch sehr cool und sehr clever dass dann nichts gepatcht wird was vielleicht nicht gewollt ist aber im endeffekt halt doch einen mehrwert erzeugt ja das ist das ist so ein spiel was den den leuten überlassen wird oder das auch so ein paar sachen dass das dann irgendwann auch später diese diese silliness embraced wird dass du ja in den ersten teilen auch immer die leute hattest dieses ganz ganz bekannte dass die zwischendurch so ein paar ausrufe haben und dann du rennst irgendwo lang und deine komparen ruhen rufen einfach dieses edf edf und ab dem vierten teil wurde es ja auch auf online multiplayer ausgelegt war kannst du dann auch zwischendurch immer so ein auf der playstation kannst du über das touchpad dann auswählen und dann kannst du eben auch diesen diesen gesang den die zwischendurch dann irgendwie loslassen so eine hymne oder eben auch das edf du kannst auch nützliche sachen irgendwie rein rufen aber hauptsächlich ist eben dieses spam und ich liebe dann gerade weil dann der fünfte und jetzt auch der sechste so ein paar mission haben die versuchen ein bisschen mehr story komponenten mit reinzubringen und irgendein npc erzählt dir gerade was total wichtig ist und du stehst einfach nur da und spammst die ganze zeit irgendwie diesen diese hymne oder edf oder so und das lassen die halt auch einfach das lassen die dich einfach machen so die wissen ganz genau dass das die so ein bisschen die atmosphäre teilweise zerstört aber es passt halt irgendwie trotzdem wieder zur atmosphäre des spiels und ja das finde ich hervorragend dass da sandlot gefühlt nie den den spaß unterbinden und eigentlich nur von teil zu teil sachen hinzufügen wo du dir denkst oh mein gott das ist eine das ist eine wunderschöne quality of life improvement ohne dinge die halt absichtliche hürden sind wie das aufsammeln der pakete wie dass die gegner liegen bleiben und dann eben auch zu einer falle sein können ohne dass das rausgenommen wird dass sie so genau wissen das sind die quality of life features wie oh ja du sammelst dann deine armor punkte ein und das wird auf alle klassen verteilt zwar die du spielst ein bisschen mehr aber trotzdem auf alle du kannst auch für andere klassen waffen finden du wirst zwar primär vom rng mehr waffen für deine klasse finden die du gerade spielst aber du kriegst auch für die anderen und das heißt wenn du damit den weitermachst dann kannst du nach einem durchgang auf normal mit der nächsten klasse auch theoretisch schon auf hart weitermachen oder beziehungsweise zumindest kommst du dich die 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 mission leichter durch jetzt im sechser das finde ich das beste oh mein gott du hast wenn du gehst eine automatische sprunganimation über gewisse hindernisse das heißt dein charakter hebt sich automatisch über den zaun du musst den zaun nicht kaputt rollen oder kaputt schießen oder genau drüber springen sondern ab einem bestimmten punkt auch über über andere hindernisse zieht er sich so ein bisschen drüber oder du kriegst die damage werte der waffe angezeigt wie viel schaden du mit jedem einzelnen schuss eben gerade machst werden dir unten rechts dann also nicht auf den gegnern das wäre ein bisschen ein bisschen visuell zu viel aber dann unten rechts über der waffe wird dir das angezeigt oder noch eine granate die du als als dritte waffe die ganze zeit mit dir rumtragen kannst und die dann auch automatisch nachgeladen werden wie alle anderen sachen das sind das das liebe ich halt daran wo du genau weißt die verstehen den kern die die verändern zwar am kern nichts aber das heißt nicht dass sie die spiele nicht kontinuierlich verbessern und das sehe ich so selten weil dann irgendwann dieser druck da ist bei den meisten ja wir müssen das jetzt modern machen und das überlassen die glaube ich immer den spin-offs und die spin-offs fallen auch deswegen jedes mal auf die fresse ich glaube das einzige das habe ich noch nicht gespielt ist dieses world brothers dieses was diesen pik diesen was heißt pixel stil diesen spielzeug ja wo halt alles so aus klötzen besteht ja genau so dieser dieser diese voxel grafik ja genau das beschreibt es am besten das das habe ich noch nicht gespielt aber der soll der soll tatsächlich gut sein das soll da so das beste das beste spin-off bisher sein ich habe mir den für die switch geholt weil auf der switch das ist ja das einzige handheld damit die framerate noch besser ja ich wollte einfach wirklich ein edf für handheld haben und da kam mir halt dann eben world brothers genau richtig und das ist schon es ist es ist nicht so gut wie die hauptreihe bei weitem nicht aber von den spin-offs gehört zu dem besten oder ist es das beste gibt ja auch nur zwei andere genau es gibt noch es gibt noch das das ist japan exklusiv das kam auf der simpel reihe auch noch raus es gibt einen taktik edf das ist ja auch so einen so entschuldige dass ich dich unterbreche es gibt ja auch so ein wing diver spin-off für die playstation 4 ja ja das ist das das schmapp das ist 4.1 irgendwas oder so das kostet auch nur ein paar euro das ist tatsächlich ganz gut das habe ich natürlich getestet ja ich finde ich finde es schade eine sache die die ich hätte dass die gern weil ich meine zumindest ist bei uns noch nicht rausgekommen ist der switchport von teil 3 beziehungsweise der 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 switchport von der vita von dem vita remaster weil es gab für die playstation vita gab es es versionen von edf 2 und 3 und in 2 gab es ursprünglich schon schon mal den wing diver der wurde da eingeführt und dann hat man als man edf 3 geportet hat eben auch den wing diver darin eingeführt die vita version ist auch glaube ich bei uns rausgekommen aber es gab letztes oder vorletztes jahr eine switch version von edf 3 und die ist glaube ich noch nicht bei uns die hat auch einen physischen release aber der ist leider der hatte leider eine sehr geringe eine sehr geringe auflage ich muss mich wahrscheinlich irgendwann mal dazu hinreißen lassen das einfach digital aus dem japanischen store zu kaufen was ja zum glück ganz einfach ist auf der switch ja genau digital wäre auch meine wahl für die fans vor sechs vielleicht kann ich es doch nicht mehr erwarten nach diesem podcast mal schauen ist irgendeinen gegner in der gesamten reihe der dir besonders am herz liegt ich habe ich habe gerade wenn ich glaube wenn der podcast rauskommt dann sollte mein ersteindruck zu idf 6 auf dem hauptkanal von speckobst erschienen sein und da gasche ich auch über einen der neuen feinde aus dem aus dem sechsten teil was ne was so so ein so ein tadeus squid gegner ist halt einfach so acht acht tentakel wo verschiedene waffen drin sind und da gehe ich glaube ich eher in dem video drauf ein dass es das ist mein absolut lieblings gegner aber in fünf in fünf sind es die die frösche und danach die aliens die eingeführt werden in den raumanzügen weil die haben tatsächlich eine richtige also ich will nicht sagen dass die anderen sachen keine ki haben so die haben natürlich ihre ihr pathfinding und sind natürlich programmiert dass sie auf eine gewisse art und weise sich verhalten und wenn es eben nur sie haben die akro und rennen halt stupide auf dich zu ist aber die verstecken sich dann halt auch hinter den gebäuden und dann wird es teilweise wichtig die gebäude zu zerstören damit du denen die deckung nimmst aber wenn du ihnen die deckung nimmst mit den gebäuden nimmst du auch dir teilweise die deckung weil du musst ja eben dann die die umgebung auch auch nutzen weil du du hast zum beispiel jetzt als ranger das einzige was hast du die ausweich rolle da hast du keine iframes in der rolle so die kannst du zwar nutzen um schnell ein paar schüssen auszuweichen weil eben alles auch feste projektile oder so strahlen sind und dann verstecken die sich hinter den gebäuden oder du kannst den dann auch die einzelnen gliedmaßen abschießen und bei den fröschen finde ich das auch so geil du kannst dann die beine abschießen dann bleiben die auf dem boden du kannst auch die arme abschießen dann können sie das nicht mehr machen aber sie regenerieren sich nach einer gewissen zeit und das heißt du musst dann auch wirklich gucken gerade wenn es mehrere sind okay konzentriere ich mich jetzt gerade darauf noch den arm oder das bein von dem typen abzuschießen damit er aufhört mir in das gesicht zu ballern oder fokussiere ich mich jetzt eben auf den den ich schon am boden habe und töte den schnell bevor er wieder aufsteht und das ist so eine geile gegner klasse die die hinzugeführt wurde das ist chef kiss hat nensgut auch schon von geschwärmt ja ja genau habe ich am dienstag hat mich so geärgert dass wir da nicht mehr hingekommen sind ja verständlicherweise genau ich habe dann noch im singleplayer eine mission gewählt damit ich die kurz vorführen kann nee die frösche und die aliens mag ich auch sehr gern aber ich muss sagen was ich seit dem fünften teil echt ein bisschen vermisse sind die hektors die waren immer so meine lieblings gegner ich finde es so schade dass die im vierten zurückgeblieben sind die frösche sind zwar so ein bisschen die evolutionsstufe von den hektoren die können alles was die können und noch mehr aber ich fand die hektoren das sind im grunde so haus hohe kampfroboter die zwei arme haben und an den armen können unterschiedliche waffen montiert sein die fand ich erstens vom design her total witzig total cool und auch eindrucksvoll gerade damals als ich die zum ersten mal dann gesehen habe wie die zwischen die häuser schluchten so durchlaufen mit ihren riesigen waffen das fand ich schön und ich fand die auch unheimlich witzig weil man muss sich das so vorstellen die beine von denen die sind im grunde fest verankert auf dem boden also die haben keine physik in irgendeiner form die gehen quasi mit festem schritt über die boden und wenn man auf die beine schießt ist es den relativ egal die haben allerdings ein sehr wobbliges hüftgelenk und auch die arme werden quasi von schüssen beeinflusst und wenn man dann mit seinem maschinengewehr auf diese hektoren schießt die gerade auf einen zu rennen dann wobbeln ihre oberkörper total lustig dadurch können sie nicht mehr zielen und ihre eigenen projektile fliegen wild durch die luft und schlagen irgendwo in häuser ein wo sie gar nicht hin wollen man kann das auch tatsächlich strategisch nutzen dass man auf entfernung mit dem scharfschützengewehr genau in dem moment auf die artillerie hektoren schießt wenn die gerade feuern wollen dann reißt es ihren oberkörper mit so einer total schönen befriedigenden wucht nach hinten und deren artillerie geschosse fliegen sonst wohin und die habe ich einfach echt geliebt ich finde die frösche super ich finde die aliens super aber ich finde es schade dass die die hektoren ersetzen die hätten die ergänzen sollen aber nein man kann nicht alles haben das ist halt auch so eine sache wo andere entwickler wahrscheinlich sagen würden das sieht das sieht irgendwie dämlich aus wie die die ganze zeit so zurück zurückzucken und dann die die strahlen irgendwie weg gehen aber das ist eben auch drin dass du halt wirkliche hit reactions bei den gegnern hast und die darauf reagieren und auch bei den bei den fröschen den aliens ist es eben auch so dass wenn die am schießen sind und du kontinuierlich dauerfeuer auf sie drauf ballast deswegen zum beispiel als ranger ist dann eben auch der ist ist ein sturmgewehr mit einer hohen frequenz frequenz auch ganz nützlich dass du sie einfach unterbrechen kannst dass du dann wenn du einen gegner vor dir hast der keine chance hatte ich dich zu treffen das ist natürlich jetzt kein 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 szenario mit dem du alles umgehen kannst weil meistens hast du nicht nur einen gegner sondern mehrere aber es ist trotzdem ein super ein super feature ich kann ja mal sagen dann kannst du dich auf sechs auf jeden fall freuen nicht nicht weil sie die hektors zurückgebracht haben aber weil sechs einen deutlich höheren fokus auch auf roboter gesetzt hat und ich finde ich muss sagen es ist es ist ehrlich gesagt ganz ganz okay dass sie die hektoren weggelassen haben weil sie haben viel bessere gegner gefunden die die sich anfühlen wie okay die leute mochten die frösche und die aliens wir geben euch jetzt mehr solche solche art von gegnern die gewisse eigenschaften haben und halt irgendwelche waffen einsetzen die eine ganz andere spielweise auf einmal verlangen oder beziehungsweise mehr mehr sachen ermöglichen also nur um dir ist jetzt noch schwerer zu machen den kauf von sechs bis nächstes jahr zurückzuhalten ja mal schauen ich spiele das ja immer im koop mit meiner frau der merlin und dies aktuell noch so ein bisschen die stimme der vernunft und die nicht mit mir mitspielen will dann macht es auch keinen sinn insofern alleine spielen würde ich auch aber koop da habe ich dich ja vorher gefragt ne du spielst es ja wirklich auch gerne alleine ich habe es auch schon öfter alleine gespielt und spielst auch gerne alleine aber da geht mir tatsächlich nach ein paar missionen am stück so ein bisschen die motivation flöten das ist für mich schon sehr viel mehr ein koop spiel gerade couch koop der online modus interessiert mich weniger aber im splitscreen zu zweit das ist schon für mich die königsdisziplin wie man als die fans vorspielt dass das war auch das war auch bei 2017 die beste art und weise das zu spielen es ist halt nur leider dass ich jetzt hier nicht die 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 möglichkeit dazu habe also ich glaube dass es kein spiel für das ich meine freundin begeistern lassen begeistern lassen würde das ich glaube ich hätte meiner partnerin auch schwierigkeiten vor allem weil spinnen drin vorkommen das finde ich ganz lustig ich habe im echten leben im echten leben hasse ich spinnen wie die pest und sowas aber wahrscheinlich deswegen mag ich das in edf dass ich da einfach meine frustration ja weil so wenn ich halt weiß dass es das ist nicht echt und so dann gucke ich die auch gerne an sich ich finde ja spinnen visuell auch super interessant ich mag die viecher halt einfach nur nicht in meiner nähe weil ich die so für unberechenbar halte wenn die nicht in ihrem netz sind irgendwo aber das finde ich auch super in edf diese die spinnen dann dann wegzuschießen und da hast du ja auch dann das fand ich ja geil da haben sie in vier auch neun neun spinnengegner eingeführt die mehr an diese ich weiß nicht wie die heißen aber das sind so spinnen die ich glaube ich auch hauptsächlich mehr in japan zumindest habe ich die da auch nur mal so in der in der wildnis gesehen die dann nicht rumspringen wie die anderen diese taranteln sondern an ihren netzen bleiben und wenn sie dich halt kriegen dann ziehen die dich dann hast du keine möglichkeit aus diesem aus diesem fangstrahl rauszukommen sondern die ziehen sich dann zu ihnen hin und das problem ist du kannst sie halt du musst dann den gegner töten und wenn du irgendwo bist wo noch ein haus dazwischen ist dann wird es dir halt dadurch schwerer gemacht die dann eben zu treffen das heißt in den missionen das ist auch noch mal anders wie du damit wie du damit umgehen musst das finde ich halt wirklich dass das geile an der serie allgemein dass wenn neue gegner hinzugeführt werden es ist nie irgendwie oh das sieht cool aus sondern was ist denn die funktion von diesem gegner dass selbst wenn so ufos eingeführt werden dass die anders funktionieren als diese fliegenden legally distinct tie fighter diesem dritten teil gab wo dann die ufos erst ab erst darauf reagieren wenn du auf sie geschossen hast oder beziehungsweise der der radius in einer gewissen nähe war wo es dann eben auch darauf ankommt wenn du nur einzelne ufos zu dir ziehen möchtest die aggro dann schießt du sie eben eher mit einer mit einer sniper oder einem sturmgewehr an und wenn du gleichzeitig mehrere auf sich aufmerksam machen willst dann schießt eine rakete rein wenn du jemanden triffst dann dann holst du halt noch alle aus dem aus der aus der umgebung zu dir und das muss ich halt sagen dass wirklich so geil an diesen an diesen spielen dass alles was hinzugeführt wird ja es sieht auch visuell und es ist immer interessant zu sehen was haben sie sich dieses mal ausgedacht was ist dieses mal die die umgebung aber es hat auch immer einen immer eine gameplay funktion mit dabei und deswegen ist es halt immer so schade wenn leute sagen ist einfach irgendwie so ein dummes spiel weil da steckt einfach also da steckt halt wirklich gedanken dahinter die wie es wie es auf wie es aufgebaut ist hierzu ein wort weil ich gemischte gefühle gefühle bezüglich dieses spiels habe also zumindest die negative sache ist ich mochte es zu spielen ich würde ich habe gedaddelt ich benutze diesen begriff selten aber hier passt es eigentlich ganz gut es ist ja an sich zu den missionen die ich jetzt mit landscape gespielt habe wirklich keine taktik sondern wir haben eigentlich wirklich nur drauf gehalten es war auch richtig cool es war so ein explosions rausch in dem man sich befindet ich muss nur trotzdem sagen das ist nichts was ich alleine spielen könnte oder länger als drei stunden dafür ist es mir dann doch irgendwann zu monoton weshalb ich aber trotzdem bock hätte auch so missionen die taktisch ein bisschen interessanter sind aber die kommen halt offenbar auch erst später was ich im spiel trotzdem so gut halten muss weshalb ich also bestens unterhalten war es spielte sich wirklich arcade ich und das fällt mir auf viele spiele sind ja so unglaublich ernst wir müssen so unglaublich immersiv sein es müssen open world mit extrem viel fläche haben müssen unglaublich realistisch sein und ich mag halt genau solche spiele die einfach so ein bisschen arcade er sind also die sich ihres spielstatus ist halt absolut bewusst sind also hotline miami vampire survivors ich muss doch stellenweise bei idf 5 an serious sam denken und ich finde das cool und da gehe ich auch einfach mit einer viel besseren laune rein und wieder raus als bei diesen spielen die so jetzt serviere ich dir hier mal was gewaltiges und das mochte ich bei idf 5 dass es einfach sympathisch daran war mir genau das zu servieren woran sich heute viele entwickler in gar nicht mehr antrauen weil es muss immer mehr 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 sein ja aber idf ist mehr 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 einfach nur noch mehr gegner auf dem auf dem bildschirm noch noch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr mehr fun blödsinn ich verstehe ich verstehe wenn leute das beispielsweise als trash bezeichnen aber ich würde gleichzeitig wiederum sagen du kannst ja den spaß den du damit hast nicht leugnen aber ich finde es faszinierend diese ganzen definitionen was ist gut was ist schlecht ja es ist es ist auch glaube ich halt diese diese freude dass es dass sich das spiel einfach auch auch dinge machen lässt und halt diese dadurch dass du das ist halt so wenig der kontext also dass du du hast keinen lockern oder also bei den bei den sachen bei den bei den meisten waffen du schießt einfach drauf los und du musst dann eben auch die funktion der waffe beachten und dann diese momente dass du halt jeden treffer zum beispiel mit einem raketenwerfer und gerade mit denen die vielleicht ein bisschen langsamer sind die fühlen sich auch verdient an wenn du es schaffst aus der entfernung die bewegung vom gegner ein bisschen abzupassen dass dann der raketenwerfer trotzdem noch trifft oder dass du auch so raketenwerfer hast die dann nicht ziel suchen sind aber du hast dann so ein so ein quasi wie so ein leuchtenden punkt vorne dran dass du damit dann die rakete so ein bisschen leiten kannst und theoretisch sogar um ecken schießen und so ein kram und diese direkte form von von spielen dass du alles alles selber machst und elemente miteinander irgendwie kollidieren es gibt kaum etwas was jetzt vom spiel irgendwie selber übernommen wird dass es sich halt auch dadurch anfühlt wie so ein wie so ein altes arcade game und nicht ein spiel was irgendwie noch versucht dir die hilfe irgendwie abzunehmen und das ist darauf dass du das ist möglichst irgendwie smooth ist in irgendwelche ecken und kanten müssen ausgeglättet sein die kugeln die du schießt die müssen noch so bullet magnetism wie das so in aktuellen shootern ist irgendwie noch auf den auf den gegnern zugeführt werden sondern das ist so ganz klassische old school arcade freude wo es hundertprozentig an deinem skill eben liegt wie du damit wie du damit klarkommst und ja es ist halt auf eine gewisse form ein bisschen grindy und auch ein bisschen auch ein bisschen samey und ja auch der der fünfte teil ist vielleicht ein bisschen zu lang hat vielleicht ein bisschen zu viele missionen wenn du die so am stück hintereinander weg spielst aber ich meine ich spiele ja auch meistens lieber so zwischendurch ich habe ich habe jetzt weniger sessions die vier fünf stunden am stück sind sondern meistens ich setze mich dann einfach eine stunde oder zwei hin und dann dann spiele ich einfach zwischendurch ein paar ein paar missionen weiter das ist so ein gutes für mich auch im singleplayer so persönliches drop in drop out na wo du einfach es fängt sofort an klar die erste mission jetzt auch im fünfer hat so ein bisschen story aber danach einfach du fängst eine mission an und dann hast du zehn sekunden und du schießt schon du hast irgendeinem riesigen alien mit dem raketenwerfer ins gesicht geschossen du musst halt nicht wirklich warten kannst einfach kannst einfach spielen also gerade für leute wie wie mich die ungeduldig sind und dann teilweise anfangen einfach so die story interessiert mich nicht dann fange ich einfach schon jetzt an alles wegzudrücken ich will einfach zum spiel kommen bei mir wird es ja glaube ich dass ich COD-Browser aber noch mal wie einem höhenden stressfaktor den ich da noch bei benötige eine frage die ich daran habe exo primal jetzt von capcom vorgestellt wenn es kein pvp hätte wäre das dann eine alternative für dich gewesen ja ja wenn es der ich meine ich muss noch sehen wie es dann irgendwie ist ich habe diese demo nicht gespielt aber das war dieser pvp dieser dieser pvp aspekt davon ich habe einfach vor dem vor dem fernseher oder beziehungsweise vor meinem von meinem bildschirm einfach nur geschrien in dem moment weil es war so oh mein gott das wäre das perfekte edf mit dinos von von capcom mit ihren mechaniken die könnten das auch gut hinbekommen und guck mal wie viel kram auf dem bildschirm ist ja und es sieht sogar gut aus dann weil weil wahrscheinlich deren deren engine das auch alles ganz gut tragen kann und ich habe kaum auch zutraue dass sie das gut optimieren und dann müssen die halt zwangsweise diesen komischen pv pvp aspekt da rein bin und das das wird das spiel auch für also aus meinen augen heraus das wird das spiel killen und ich hoffe dass die irgendwann einsehen dass das einfach nur störend ist und die machen koop draus ihr könnt ja gerne eine multiplayer komponente eben wie edf haben mit euren verschiedenen klassen oder das kann ein zusätzlicher modus sein mit einem pv mit einem pvp ding oder so aber gibt mir doch die möglichkeit dass a im single player zu spielen und b im 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 koop sei es jetzt eben couch koop oder oder online oder online koop da war ich einfach so frustriert als ich das ich da auch tatsächlich lore technisch nicht verstehe wenn wir doch den planeten vor diesen monstern oder t-rex oder was auch immer darunter fällt beschützen sollen wieso sollten wir daraus einen konkurrenz wettbewerb machen ich weiß nicht ob das noch irgendwie ich meine die die lore in den solchen sachen dass mir das einfach oder sind portale kommen dinos durch das reicht mir das ist so dieselbe erklärung wie bei dino crisis warum sollten wir mit unseren iron man anzügen nicht zusammenarbeiten gegen diese viecher also warum sollten wir diese dreier partei aufmachen das ergibt für mich halt allein von der logik überhaupt keinen sinn aber gut ich weiß nicht kapitalismus irgendwas kapitalismus das ist wahrscheinlich dass du dann mehr geld dafür kriegst oder das sind dann unterschiedliche länder und wir müssen dann wir können wir können nicht als usa mit den chinesen irgendwie zusammenarbeiten und wir müssen deswegen wir müssen der welt zeigen dass wir besser dinos bekämpfen können keine ahnung irgend so ein schwach oder es ist eine firma die gamification eingeführt hat mit mitarbeiter in des monats und so irgendeinen grund werden die werden die glaube ich schon finden aber ja dass diese pvp der pvp aspekt des ist weil ich dachte so da ist es endlich da ist es endlich die ein ein spiel was was auch edf sein könnte nur anders mit mit einem anderen design mit anderen klassen von einem entwickler dem ich auch das oder zumindest ein publisher dem ich das zutraue und dann sowas das tut einfach nur weh aber jetzt habe ich ja edf 6 alles ist wieder gut ich habe mir auch gedacht das waren auch wirklich genau meine gedanken ich dachte mir jetzt kommt das spiel dass die edf dna in den mainstream bringt das ist jetzt der durchbruch und ab jetzt kommen 100 klone und das ist ganz neue genre und alle werden es lieben und dann plötzlich ja außerdem hier pvp und damit war es ruiniert meine schöne fantasie von einer besseren videospiel welt voller edf klone ist leider gestorben in dem moment ja ich habe einfach irgendwie zehn jahre zu spät wir müssen jetzt noch ein hero shooter noch draus machen irgendwie so muss die payload irgendwo hintragen warum warum so ihr macht doch auch kein pvp ihr macht doch auch kein pvp monster und da rein leute da wisst ihr doch auch dass dadurch dass es da nicht hingehört das stimmt tut einfach nur weh ja ich musste bei earth defense was auch schon immer an musu spiele denken das hat das geht so ein bisschen in die richtung oder in die ecke von diesem einen übermächtigen helden der ganze armeen niederschlägt und auch wenn es in musu spielen weniger riesige aliens gibt gibt es da auch immer diese heldenfiguren die dann spezielle fähigkeiten haben und spezielle strategien erfordern gerade hyrule warriors war da finde ich ganz großartig ein ganz gutes beispiel für dieses ganze genre das gibt finde ich fast so ein bisschen in diese ecke auch oder kommt so aus dieser tradition gefühlt ja ich glaube ich glaube nur dass es das bei bei beim den ich bin auch ich bin noch riesiger fan von den von den warriors von den musu spielen aber ich glaube da habe ich eher so dieses hirn aus und ich grinde jetzt einfach ein bisschen und hau sachen kaputt und möchte mich einfach möchte einfach mich dieser power fantasy hingeben und und edf hat noch eine wesentlich taktischere komponente und wirklich gegner die auf unterschiedliche arten und weisen bekämpft werden wollen und wo es eben auch einen großen unterschied macht was du eben für waffen mitnimmst und was für was für klassen du irgendwie spielst und bei musu habe ich immer so dieses gerade ich mag ja gerade die spin-offs weil die dann immer so okay wie können wir wie können wir diese formel mit zelda umsetzen wie können wir diese formel mit dragon quest umsetzen und berserk und das sind meistens finde ich irgendwie immer die die interessantesten spiele daraus weil die so eine formel machen ich weiß nicht somit mit edf könnte ich mir das vielleicht auch gut vorstellen dass man einfach macht ein edf aber mit einem in einem anderen universum so nimmt ihr irgendeine nimmt ihr irgendeine anime lizenz oder so oder sonst was und und macht dann macht daraus ein edf game oder so ein fantasy mittelalter edf das wäre vielleicht ganz interessant ja sowas sowas fände ich dann glaube ich ganz cool gibt es von eurer seite noch themen die ihr noch auf euren zetteln stehen habt ihr gerne noch ansprechen wollt also von 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 mir also ich habe eigentlich so grob außer gibt es noch bestimmte aspekte die man die man besprechen möchte irgendwie so dass das balancing auf den höheren schwierigkeitsgraden oder sowas bin ich an sich für die reine faszination der spiele durch ich würde am liebsten auch noch ewig weiterreden aber ich glaube dann machen wir glaube ich schon langsam den zack zu oder dann bedanke ich mich herzlich bei dir björn dass du heute bei uns warst ja danke für die einladung hat spaß gemacht war sehr cool sehr kommen gerne wieder gefreut ja unbedingt vielleicht ja dann noch mal zu earth defense for sex wenn es dann nächstes jahr im besten rauskommt ja wenn du sie dann dann erst holt spätestens spätestens dann schaut unbedingt bei speckobst vorbei auf seinem youtube-kanal dort findet ihr kritiken zu den verschiedensten spielen nicht nur earth defense force nicht nur horrorspiele wie in seinem podcast in griffen sondern ich glaube so ziemlich alles mögliche oder da schwenkst du dich eigentlich gar nicht ein schon technisch oder so ich habe ich habe jetzt nicht irgendwie ich bin nie daran gegangen ich bespreche jetzt nur die sachen und die sachen wie das eben bei in crimen radio ist wo werden nur horrorspiele besprechen aber ich glaube durch mein interesse zeichnet sich das meist ab dass es hauptsächlich japanische spiele sind die die bei mir besprochen werden und auch da öfter mal sachen aus dem dem horror oder oder jrpg bereich aber an sich möchte ich vor nichts nichts irgendwie irgendwie mich mich irgendwie verschränken oder so aber es zieht mich dann doch immerhin zu den spielen die ich persönlich präferiere glaube ich ich habe noch eine frage an björn zeigt dein bild einen gnome einen troll oder einen verstörten link das ist das ist der das ist der verstörte link das ist einfach nur ich brauchte ich wollte damals irgendeinen irgendeine figur oder sowas haben irgendwas mit wiedererkennungswert und meine meine beste freundin hat zu dem zeitpunkt gerade ihre diplomarbeit gemacht wo sie so ein horrorbuch gezeichnet hat wo sie glaube ich irgendeine steven king steven king story in so ein in so ein horror also gezeichnetes horrorbuch eben umgewandelt hat und ich fand diesen stil so hervorragend hatte sie eben dann damals gefragt ob sie daneben so ein link in dem stil zeichnen kann und ja das 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 ist es das ist seitdem ich bin damit eigentlich zufrieden das ist auch da geblieben ich habe nur für den zweitkanal mir noch mal von dem anderen künstler einen icon in seinem stil davon machen lassen aber ich glaube bei der figur an sich werde ich bleiben ja aber es ist einfach nur das ist einfach nur so ein link in dem horror design habe ich doch gesagt außer außer falls außer falls nintendo fragt dann ist es dann ist es irgend so ein keine ahnung so ein elf gnome irgendwas oder so keine ahnung wir haben da nämlich im vorfeld schon drüber geredet und dann meinte er schon ist das ein gnome ist das ein kobold und ich habe gesagt nee das ist einfach nur ein depressiver link und auch ein depressiver kobold link link kobold sein aber gut dann ist das bisher gelöst wir haben noch viele weitere vor uns sebastian wo kann man diesen wunderbaren podcast denn hören diesen insekten überströmten podcast heute zumindest könnt ihr entweder auf youtube hören coffee cake and games heißt der kanal dort könnt ihr uns gerne ein like und ein abo da lassen und natürlich freuen wir uns sehr über kommentare habt ihr schon mal einen teil der idf reihe gespielt mögt ihr die reihe habt ihr sie vielleicht sogar spielt und mögt sie nicht dann schande über euch aber trotzdem könnt ihr das gerne in die kommentare schreiben schauen wir uns sehr gerne an und ihr findet den podcast natürlich auch auf sämtlichen gängigen youtube apps da draußen von spotify über apple podcast bis hin zu ganz obskuren sachen der namen ich nicht mal kenne auch da könnt ihr uns gerne eine positive wertung hinterlassen und gerne auch eine nachricht wenn das system das erlaubt vielen dank fürs dabei sein hat mich gefreut danke nochmal an björn fürs dabei sein macht's gut bis zum nächsten mal dschau df 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 df